Heili hallo ich noch willkommen zu Part 2 zu Let's Play Amnesia Custom Story Dark Room ja ähm in den netten Teilen hatte man ja was ganz schön zu lachen mal schauen was uns hier dauer wird jemand daaa hier ist niemand dann bin ich nicht so komitiert wie vorhin hehehe vor allem auch hehehe 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 mit gut hehehe 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 und hier ist niemand mehr auch oder? ne das kann man da auch hehehe oh ne wie kommt man bitte auf Zup was Zup Zup hehehe wie kommt man auf so was? warte mal das mal eine ah ah die 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 ne Play Ball äh ne 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 hop wie ähm 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 wa ähm ähm Was ist das denn? Halt mich zur Ruhe! Boah, heilige Gott! Das ist doch ziemlich wichtig! Und du? Um... Oh muss ich los? OI! Ich bin der Bähnein, 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 ich bin der Bähnein! Heeeey! Dann, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, peanut butter jelly time, hey hey! Not her, die Jör! Noo! Mach dich, du bist das jetzt gleich! Mach dich, du bist das, ich bin der Bähnein! Mach dich, du bist das, was das! Mach dich, du bist das, was das! Juhu, du bist frei! Ich hab dich geschafft, ich hab dich geschafft! Juhu! Weeh! Ok, ich muss sagen, es war jetzt eine einzige, irgendwie ... Oh. Ist das schon das Ende? Es ist Tag! Yay! Ich muss keine Angst mehr haben. Böse! Ähm... Ja! Und mit Dancing Queen verabschiede ich mich von allen, die zugeschaut haben. Ich werde mich über Kommentare freuen, über Bewertungen, über Abos und sonst was. Ja! Bis zum nächsten Mal! Wenn es wieder heißt, Let's Play! Juhu! Und damit... Ein schönes Wochenende euch noch allen! Und Arrivederci!